Liebe HSV-Mitglieder, liebe HSV-Fans, heute ist was ganz Besonderes, denn wir sind 90.000. Heute feiern wir unseren 90.000 Mitglied und wir überraschen jetzt Romy, die noch nichts davon weiß. Also sie weiß von nichts und sie denkt heute, dass sie für eine Stadionführung hier ist. Also lasst uns sie mal überraschen gehen. Romy, ich glaube, du bist heute hier für eine Stadionführung, oder? Hä? Hi, Ferdo. Hi, schön, dass du hier bist. Hi, grüßt euch. Wollen wir mal reingehen, oder? In der Stadion, zu einer Stadionführung, oder? Komm, komm einfach mit. Gehen wir zusammen. Ja, wir kommen auch mal her. Bist du das erste Mal hier unten? Ja. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist Romy. Hallo Romy. Du fragst dich bestimmt, was wir hier machen, oder? Ja. Und ich glaube, wir haben auch deine zwei Lieblingsspiele heute mitgebracht. Ist ja was ganz Besonderes heute passiert. Dank dir, denn du bist unser neunzies-tausendstes Mitglied. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken. Denn du bist die 90.000 und deshalb übergeben wir dir hier was Kleines. Baki hat auch noch was. Und hier ist noch eine kleine Überraschung von uns, von der Mannschaft und natürlich die 90.000. Wollen wir mal ein Mannschaftsfoto machen? Mit Ferro und Paki kommen. Mit Fertig machen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe HSV-Mitglieder, wir sind 90.000 und Romy ist zwar das 90.000. Mitglied geworden und heute überrascht worden auch von ihren beiden Lieblingsspielern, Bakariata und Ferro, selber auch im Tor spielend, aber viel, viel wichtiger ist, nicht nur Romy, sondern ihr alle, die 90.000 wären ohne euch nicht gegangen. In solchen Zeiten keine selbstverständliche Zahl. Ihr seid unser Rückenwind, ihr seid unser Background und deshalb haben wir auch was für euch und zwar in den nächsten neun Tagen gibt es einige Überraschungen. Deshalb schaut mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Nur der HSV. Liebe Romy, vielen Dank und bis bald. Vielen Dank.